Hallo liebe Fans, das ist der Kevin. Ich freue mich, euch endlich mitteilen zu dürfen, dass ich meinen Vertrag verlängert habe, dass ich hier bleibe und dass wir gemeinsam in die nächste Saison starten. Hoffentlich in der Champions League und ich hoffe, dass wir uns auch die Titelverteidigung zurückholen. Ich hoffe, wir sehen uns beim ersten Spiel gegen Rapid am 19.